Die wunderschöne Hansestadt Bremen zur wahren Space City Deutschlands machen? Wir zeigen euch, wie es geht. Wir von Astra, der studentischen Organisation in Bremen, die als erstes europäisches Team, das all mit einer selbstgebauten Rakete erreichen möchte, holen die Weltrum-Expertise langfristig nach Deutschland. Wir sind zwar schon fleißig an der Umsetzung. Doch wie man sich vorstellen kann, ist so ein Projekt nicht nur zeitintensiv, sondern bedarf auch einer gesicherten materiellen und finanziellen Versorgung. Deshalb sprechen wir heute mit dir, um dich in unsere Vision mit einzubeziehen. Wir wollen herausfinden, wie wir dir in deiner Zukunft helfen können und du uns. Wir sind einerseits die Anlaufstelle für interdisziplinäre Studierende, die eine große Menge Erfahrung in der Projektarbeit und im wissenschaftlichen Umfeld sammeln wollen. Andererseits bilden wir die Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und den Fachkräften von morgen. Unsere soziale und wissenschaftliche Aufgabe ist entsprechend einem viel größeren Rahmen eingebettet, als man es sich zunächst vorstellt. Und Vorstellung ist hier genau das richtige Stichwort. Denn unsere hybride Rakete namens Transcendence, übersetzt sowas wie über das Mögliche hinausgehen, ist der perfekte Katalysator, um internationale Aufmerksamkeit auf unsere Bildungsstärke zu lenken und andererseits Möglichkeiten aufzuzeigen, wie junge, ambitionierte Menschen in einem interdisziplinären Umfeld erfolgreich miteinander arbeiten können. Um all das zu ermöglichen, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Damit wollen wir nicht nur unsere Arbeit finanzieren, sondern gewähren dir auch besondere Einblicke in unseren Fortschritt. Denn schon ein kleiner Beitrag erlaubt es uns, große Schritte zu machen. Aber dafür brauchen wir deine Unterstützung. Denn nur wenn wir es gemeinsam schaffen, können wir diese Transformation langfristig garantieren. Sei dabei, wenn die erste europäische studentische Rakete die Grenze zum Weltall überschreitet. Sei dabei, ein neues Kapitel für Ingenieure, Juristen, Ökonomen und viele weitere mitzuerleben. Wir freuen uns darauf, das Weltall mit dir an unserer Seite zu erobern. Dein Tim Astra